Im Moment geht die Goldmedaille nach Frankreich, aus Portugal. Gloria Batista und Henrique Martins. Sie haben den nationalen Titel erstmals 1991 gewonnen und in diesem Jahr zum zweiten Mal und sich so für diese vierten Europameisterschaften qualifizieren. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Nur die vier Pflichtteile, die müssen möglichst synchron bei den Haaren zu sehen sein. Die Wegestütze. Wo wird sich gerade der drückende Bereich mit der Leckes. Mit der Leckes. Was fehlt, sind jetzt noch die Sit-Ups. Ein Arm für diese Stütze nicht gefordert. Der Beckenbereich bleibt auf dem Boden. Wenn es etwas auszusetzen gibt, dann ist es vielleicht dann und wann die Synchronität gewesen. Wir sind nicht immer 100%ig parallel die Beine. Aber dies sind auch feine Unterschiede zu den Paar aus Großbritannien und Frankreich. Wir warten auf die Wehrtung. Die Zeitlufe zeigt dies deutlicher, aber die Punktrichter haben nicht die Möglichkeit, sich das Ganze noch einmal in der Verlangsamung anzuschauen. Auch von der Schwierigkeit her nicht ganz so gut wie das französische Paar. Und das rückt sich auch in der Wertung aus. 108 Punkte für die Schulkreis gerade die Präsentation. 83,5, etwas mehr als die Bretten bekamen. 191,5 Punkte. Das ist Rang 3. Aus Schweden, Robert Anderson und Cecilia Gustafsson. Er ist 18 Jahre alt. Damit eine der Jüngsten hier bei diesem 4. Euroweg Europameisterschaften. Und in fact for balance, which you don't often expect from visually looking at the moves. Cecilia, deine Partnerin, 4 Jahre älter. Wir benutzen both für eine sehr gute Beine. Das war jetzt in allem ein sehr jünges Paar, das wir mit Sicherheit in den kommenden Jahren wiedersehen werden. Beide arbeiten in einem aerobischen Studio und finden so die nötige Zeit, um gemeinsam zu trainieren. Viele Stunden am Tag. Viele Stunden am Tag. Viele Stunden, wiearn. Yei sind in einem Arag. Die Nummer ist. Die Nummer ist so die Zukunft. Viele Stunden am Tag. Viele Stunden am Tag. Viele Stunden am Tag. thousand am Tag. Viele Stunden am Tag. All dieル der Europas. Zeit. Das wird nicht reichen, um den französischen Pfarr die Goldmedaille noch zu entreißen. Die 132 Punkte sind zuschlagen. Wir warten auf die Wertung. 98 und 79,5 Punkte, also 177,5. Die Gesamtwertung, es ändert sich nichts mehr. Am Endergebnis gescheuert wird ein Geht nach Frankreich, Silber an Großbritannien, Bronze geht es nach Portugal. Also Glückwunsch an Isabel Diyar und Stefan Baratelemi. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann folgt die Entscheidung bei den Frauen. Und da, sie bekommen ihre Goldmedaille.